Wir befinden uns im Jahre 50 nach der Krise. Die ganze Welt ist von Populisten besetzt. Die ganze Welt? Nein! Ein von unbeugsamen Idealisten bevölkertes Theater hört nicht auf Widerstand zu leisten. Angefangen hat alles damit, dass vor vielen Jahren ein Virus die Gesellschaft und ihre Gewissheiten grundlegend durcheinander gebracht hat. In dieser Zeit hat man in dem kleinen Theater darüber nachgedacht, wie eine Utopie für die Zukunft aussehen könnte. In Umbruchzeiten werden Utopien realistisch. Der Philosoph Oskar Neigt hat es einmal so beschrieben. Die Utopie besteht in der konkreten Verneinung der als unerträglich empfundenen Verhältnisse mit der Perspektive und Entschlossenheit, das Gegebene zum Besseren zu wenden. Die Krise damals löste viel Empathie und Solidarität aus. Aber die Solidarität nach innen ging einher mit einer großen Brutalität und Mitleidlosigkeit nach außen. Die massiven Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen der EU haben kaum jemanden gestört. Unüberwindlich sollten die Grenzen sein, um Migranten und Mikroben draußen zu halten. Im Weltbild vieler Rechtspopulisten war das eine nicht besser als das andere. Das Virus wirkte wie ein Brandbeschleuniger, der die soziale Kälte des Kapitalismus noch einmal verschärfte. Arme litten mehr unter der Corona-Krise als die Wohlhabenden. Es wurde klar, die eigentliche Frontlinie war die der sozialen Ungleichheit. Manche haben in der Krise versucht, eine Spaltung zwischen Jung und Alt herbeizuführen. Dasselbe wurde in der Klimakrise immer wieder behauptet, die in dieser Zeit beinah vergessen wurde. Die Jungen würden von den Alten um ihre Zukunft betrogen. Aber viele haben verstanden, dass nicht die Alten den Jungen den Planeten rauben, sondern die Reichen den Armen. Gleichzeitig aber merkten viele Menschen, dass die wirklich wesentlichen Dinge nichts kosten. Ein Spaziergang im Grünen ist kostenlos. Ein gutes Gespräch ist kostenlos. Freundschaft und Liebe sind unbezahlbar. Es war die Zeit, in der sich im World Wide Web immer mehr Räume bildeten, in denen nur das Echo der eigenen Stimme wiederhallte und verstärkt wurde. Ich und ich in Potenz. Meist gab es nichts, was das eigene Urteil, den eigenen Geschmack, die eigene Meinung infrage stellen konnte. Auch nicht die eigenen Vorurteile, Irrtümer und Verschwörungstheorien. Es gründeten sich aber Millionen virtueller Stammtische zur Förderung vernetzter Dummheit. Für die Theaterleute war es schon immer eine schlimme Vorstellung, vor leeren Zuschauerrängen zu spielen. Aber schlimmer noch, vor leeren Köpfen. Adenauer sagte einmal, ich bin ja mit dem lieben Gott soweit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. In dieser Zeit haben die Menschen verstanden, dass das Theater ihnen helfen kann, die materielle und technologische Entwicklung der Gesellschaft mit den spirituellen Bedürfnissen ihrer menschlichen Natur in Einklang zu bringen, damit ihnen nicht das tiefste Gefühl verloren geht, zu dem sie fähig sind, nämlich das Erlebnis des Mystischen. Wem dieses Gefühl fehlt, wem dieses Gefühl fremd ist, wer sich nicht mehr wundern kann, der ist seelisch bereits tot. Es begann damit, dass sich bei den Menschen eine neue Verbundenheit zur Natur und ein nachhaltiges Landwirtschaften durchgesetzt hat. Sie beendeten die Verschwendung von Ressourcen und haben gelernt, alternative Energien effizient zu nutzen. Sie beendeten die Ungleichheit der Geschlechter, weil ihnen klar wurde, dass wenn sich die Beteiligung von Frauen an Macht und Wohlstand in der Wirtschaft im gleichen Tempo verbessert wie in den vergangenen Jahren, es noch über 250 Jahre dauern wird, bis Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Sie haben es geschafft, Süchte zu besiegen, indem sie erkannten, dass der Gegensatz zur Sucht nicht Nüchternheit, sondern menschliche Verbindung ist. Die antiken Todsünden ersetzten sie durch die, die von Mahatma Gandhi definiert wurden. Reichtum ohne Arbeit, Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft ohne Menschlichkeit, Religion ohne Opfer, Politik ohne Prinzipien. Sie begannen dem Verstand nicht mehr blind zu vertrauen, denn sie lernten, dass die Ratio meist nur dafür benutzt wird, Entscheidungen, die in der Hose oder dem Bauch getroffen werden, im Nachhinein zu rechtfertigen. Sie haben gelernt, wieder zu träumen, denn Träume sind das, was Menschen motiviert. Träume von Liebe, Anerkennung, von Erfüllung, Träume vom Erfolg, von Schönheit und Macht. Das, von dem wir wünschen, dass es geschieht, lässt uns all das tun, was wir tun. Wenn wir für die Wirklichkeit leben würden, wären wir tot. Wir alle. Nur wegen unserer Träume machen wir weiter. Der Wert der Gemeinsamkeit ist den Menschen wieder bewusst geworden. Ebenso ist ihnen bewusst geworden, dass der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, bedeutet, dass man die eigene Würde nur selber verletzen kann, indem man sich würdelos verhält. Angehörige dieses Theaters wurden in der Regel durch die Währung der Aufmerksamkeit entlohnt. Und so kam es, dass sie nicht reich wurden, weil sie, vor lauter Arbeit, keine Zeit zum Geld verdienen hatten. Es haben sich also all jene versammelt, welche die Gesellschaft geringschätzt, solange sie leben, und ehrt, sobald sie tot sind. Was sie alle vereint hat, war die Sehnsucht nach der Apokalypse. Apokalypse bedeutet im Griechischen Entschleierung. Denn es war die Zeit der falschen Identitäten. Zeit der sozialen Maske. Die Verletzlichkeit, die den Menschen gemein war, führte dazu, sich nur im Schutz der konstruierten Identität durch die Gesellschaft zu bewegen. Als es dann wirklich dazu kam, dass durch die Krise die Menschen einander nur begegnen durften, wenn sie Masken trugen, fand der seelische Zustand ein adäquates Bild. Im Theater wird die Maske seit jeher eingesetzt. Manche wollen sich hinter der Maske verbergen, wie das entstellte Phantom der Oper. Und es gibt die anderen, die erst im Schutz der Maske ihr wahres Potenzial entfalten. So brauchen die meisten Comichelden die Maske, um ihr starkes Selbst zu entfalten. Batman, Spiderman und Zorro finden nur in einer erfundenen Identität zu ihrer wahren Kraft. Viele glaubten, dass man sein Selbst hinter einer Maske verstecken kann. In den meisten anderen Kulturen hielt man die Maske aber für etwas, das die Wahrheit erst hervorbringt. Man kennt den Mechanismus etwa aus dem Netz. Wenn man seine Identität nicht preisgeben muss, kommt unter der Maske der Anonymität oft genug die dunkle Seite des Selbst zum Vorschein. Dann wird gepöbelt, beleidigt und verleumdet. Die Menschen wussten zwar, dass nur dort oder Körper und auch das Selbst sich unverstellt zeigen können, wenn gegenseitige Resonanz erlebt wird, wahre sexuelle Erfülltheit jenseits der mechanischen Triebabfuhr stattfindet. Aber da Bodyshaming ein großes Phänomen dieser Zeit war, ging man dazu über, Egos zu konstruieren und dem anderen nur noch im Schutz dieser behaupteten Identität zu begegnen. Facebook, Instagram und Tinder dienten dazu, diese Ego-Konstruktionen möglich zu machen. Bei gleichzeitiger Abwesenheit des Körpers ließen sich, so zumindest auf digitaler Ebene, erste Kontakte aushalten. In der Vergangenheit hatte diese Funktion die Maske. Im Karneval konnte man sich begegnen, ohne sich wirklich zu sehen. Das Abnehmen der Maske war immer ein entweder hoch erotischer Moment oder ein sehr ernüchternder. Romeo und Julia, beide verletzt und ängstlich, konnten sich nur unter dem Schutz der Maske begegnen und verlieben. Der gemeinsame Schmerz ist die tiefste Verbindung zwischen Menschen. Oft verlieben sich Menschen nur aus diesem Grund. Das Wiedersehen fand zwar ohne Maske, aber tief in der Nacht statt. Also ist die Dunkelheit der Schutz, welcher es möglich macht, sich erst einmal kennenzulernen und so die Angst vor der Sexualität zu verlieren. Ähnliches passiert Léonce und Lena. Sie verlieben sich im Schutz der Nacht und das Einzige, was sie voneinander wahrnehmen können, sind ihre Stimmen. Die Menschen mussten erst wieder lernen, dass es nichts bringt, ständig in sich hineinzuschauen. Denn da ist nichts. Sie mussten verstehen, dass wenn man die Liebe gefunden hat, sich das Bestmögliche selbst in den Augen des geliebten Menschen spiegelt. Im Märchen Froschkönig ist die Demaskierung oder Verwandlung nur durch unbedingte Liebe möglich. Der Druck, sich aus der Masse herauszuheben und das Individuelle durch die Selbstinszenierung zu unterstreichen, stieg ständig. Anna Ehrenberg beschrieb das sehr treffend in seinem Buch »Die Erschöpfung des Selbst«. Man brauchte alle Energie, um das Selbst anderen gegenüber unterscheidbar zu machen. Die Verhaltensnorm der Gesellschaft gründete über viele Generationen auf dem Prinzip von Schuld und Disziplin. Dann wurden es Verantwortung und Initiative. Früher war der Einzelne zerrissen zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen. Dann war er zerrissen zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen. Das heißt, die Grenze des Machbaren oder Erreichbaren im Leben hatte sich verschoben von einer Grenze, die die Moral und die Gesellschaft gesetzt hat, zu einer Grenze, die in einem selber, in dem eigenen Können, dem eigenen Mut oder dem Talent liegt. Ihr Lebensumfeld gaukelte den Menschen ständig vor, dass eigentlich alles möglich wäre. Anything goes. Und wenn etwas nicht gelang, lag es an einem selbst. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass das Gefühl der Unzulänglichkeit ihr ständiger Lebensbegleiter geworden ist. Und so ist die Neurose, im Anfang des 20. Jahrhunderts die weit verbreitetste seelische Krankheit, durch die Depression als Volkskrankheit abgelöst worden. Auch die Sehnsucht nach dem Kontinuum, dem Unveränderlichen, ist stark gewachsen. Gab es noch etwas, auf das man sich berufen, das sich bei allem Wandel als stabil erweisen konnte? Alles erodierte, das Klima, nationale Identitäten, die Finanzindustrie, tradierte Geschlechterrollen, selbst politische Systeme. Und nun auch noch auszuhalten, dass der Tod sich machtvoll in das Bewusstsein drängt, war zutiefst verunsichernd. Über eine Sache wurde in der Situation der Shutdown viel gesprochen. Über Grenzen. Über den Wunsch nach wirksamen Außengrenzen, als würde sich das Virus davon beeindrucken lassen. Und die gefühlte persönliche Begrenzung durch die Ausgangsbeschränkung. Dabei war die Beseitigung jeglicher Grenzen das große Projekt des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Angefangen bei Landesgrenzen, aber vor allem auch bei Grenzen der seelischen Disposition. Die sozialen Netzwerke ermöglichten damals Entgrenzungsvorgänge, mit denen der Mensch sich und seine Persönlichkeit neu erfinden konnte und sein Selbst anderen gegenüber zu inszenieren imstande war, ohne dabei Rücksicht auf die physische Begrenztheit zu nehmen. Dadurch konnte sich das narzisstische Selbst groß, schön und machtvoll inszenieren. Es war das Zeitalter des Narzissmus. Ausgelöst durch Eltern, die dazu neigten, ihre Kinder auf ein Podest zu stellen und auch dann zu loben, wenn es nichts zu loben gab. Es wuchs eine Generation heran, die glaubte, etwas ganz Besonderes zu sein und deshalb auch das Recht auf eine Sonderbehandlung zu haben. Um ihren narzisstischen Hunger zu stillen, waren sie angewiesen auf die Bewunderung anderer. Wurde ihnen die Anerkennung verweigert, werteten sie andere ab, um ihren fragilen Selbstwert zu heben. Auffällig war, dass die große Mehrheit derjenigen, die sich so verhielten, Männer waren. Und wie verhielt sich die Gesellschaft diesen narzisstischen Personen gegenüber? Nun, je nachdem, wo auf der Welt man sich befunden hat. In der westlichen Kultur gab es ein Sprichwort, das sagt, das quietschende Rad bekommt das Öl. In Japan hieß es, der herausstehende Nagel wird hineingeschlagen. Der entgrenzte Mensch fühlte sich frei und selbstbestimmt. Er musste aber gleichzeitig in seinem Selbsterleben alles vermeiden, was ihn an seine eigene Begrenztheit erinnern konnte. Zum Beispiel und vor allem den Kontakt mit dem Tod. Die heisse Luft, die in den sozialen Medien verströmt wurde, blies das Selbst zu ungekannter Größe auf und gab den Menschen das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Das Gefühl, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Und bewahrte sie gleichzeitig vor der Notwendigkeit zu handeln. Empörung ersetzte die Tat. Die radikal-moralische Bewertung ersparte die sorgfältige Auseinandersetzung mit sich widersprechenden Positionen. Das Lippenbekenntnis milderte das schlechte Gewissen. Die Strategie schien zu funktionieren. Aber angesichts des überall präsenten Todes mussten die Menschen wieder lernen, die schlimmste Kränkung zu ertragen, die die Natur für sie bereithält. Die Kränkung der eigenen Endlichkeit. Besonders in einer Gesellschaft, die sich weigerte, den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu betrachten und versuchte ihn auf Jugendlichkeit, Vitalität und erotische Ausstrahlung zu reduzieren, sorgte das für tiefe Verunsicherung. Es war längstens an der Zeit, den Tod als Teil des Lebens zu sehen. Denn eine Gesellschaft, die ewige Jugendlichkeit zum Ideal erhoben hat, verweigert sich dem Prozess der Reifung. Das Erste aber, was passieren musste, damit der Prozess der Reifung in der Gesellschaft beginnen konnte, war mit dem Traum aufzuräumen, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Der Traum, dass es doch eine beseelte Welt gibt, die es gut mit uns meint und uns die Last der menschlichen Entwicklung und die Mühen der Reifung abnimmt. Zu diesen Mühen gehört der Schmerz des Scheiterns, das Aushalten des Gefühls der Unzulänglichkeit und die Akzeptanz, dass wir nur schlecht mit der Diskrepanz zwischen unseren moralischen Ansprüchen und der gelebten Wirklichkeit umgehen können. Laut Theodor Adorno war der Mensch, der am meisten für das Unglück in Beziehungen verantwortlich ist und für falsche Erwartungen an das Leben gesorgt hat, Walt Disney. Die romantische Bewegung aus dem 19. Jahrhundert, die von Walt Disney im 20. Jahrhundert reanimiert wurde, war der Hauptfeind von Reifenbeziehungen. Die Romantik lehrt uns, dass wahre Liebe ohne Worte auskommt und eine perfekte Beziehung aus einer mystischen Vereinigung zweier Seelen besteht. Konflikte dürfen nicht stattfinden und Kommunikation ist überflüssig. Das Denken ist, wenn der andere mich wirklich lieben würde, müsste er doch wissen, was in mir vorgeht. Dass ich mein Inneres erklären muss, ist eine Zumutung. Es ist das Zeichen für fehlende Liebe. Was blieb, war das ständige Gefühl der Kränkung. Und so kam es, dass alle das Gefühl hatten, nicht wirklich den idealen Partner gefunden zu haben. Die Neurose dieses Zeitalters war das Streben nach Perfektion. Es kränkte das narzisstische Selbstbildnis der Menschen. Und es machte sie wütend, wenn andere Menschen nicht so waren, wie sie sie haben wollten. Früher war die Kultur von dem Bild geprägt, der Mensch sei fehlerhaft und brauchte göttliche Vergebung. Doch dann kam der Anspruch an den anderen und an einen selbst, perfekt zu sein. Das war Gift für jede Beziehung. Die Mischung aus romantischer Liebeserwartung und dem Perfektionismus sorgte oft sehr schnell für das Ende der Liebe. Aber von welcher Liebe ist dann eigentlich die Rede? Erich Fromm hat gesagt, Liebe ist nicht in erster Linie eine Bindung an eine bestimmte Person. Sie ist eine Haltung, eine Orientierung des Charakters, welche die Beziehung eines Menschen zur Welt als Ganzes und nicht nur zum Objekt der Liebe bestimmt. Viele Menschen standen damals fassungslos, aber auch ängstlich vor der Tatsache, dass der Hass in der Gesellschaft immer mehr Raum einnahm. Sie verstanden nicht, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit ist. Denn Liebe ist das Höchstmaß an möglicher Aufmerksamkeit. Hass dagegen ist der Versuch, Liebe zu erzwingen. Erst im Land Utopia, in welchem der Prozess der gesellschaftlichen Reifung endlich begonnen hat, ist allen auch klar geworden, dass wirkliche Liebe nicht ohne Risiko zu bekommen ist. Denn Liebe ist, jemandem die Macht zu geben, dich zu zerstören und darauf zu vertrauen, dass er es nicht tut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Amen. 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 Amen.